Montag ist Montag bei uns und es gibt tolle Produkte. So natürlich auch heute. Wir haben eine wunderschöne Couchtisch Kombi für Sie und die stelle ich Ihnen heute gemeinsam vor mit der Julia. Hallo Julia. Hallo. So Julia, vielleicht kannst du uns erst einmal die Facts zum Couchtisch Set Rotonda geben. Sehr gerne sogar. Also der erste Fakt natürlich erstmal der Knallerpreis, 49 Euro. Dafür bekommt man dann ja die Kombi aus beiden Tischen, Massivholzeiche beide, zu den Maßen. Der große Tisch ist im Durchmesser oben 50 Zentimeter, in der Höhe auch ca. 50 Zentimeter, der kleine 40 x 40. Und alles ist massiv, das heißt auch die Beine sind aus Massivholz, also ein wirklich edles Stück. Genau und durchaus eine Besonderheit ist die individuelle Maserung. Also bei jedem Stück erhält man dann ein Unikat. Wir haben das Couchtisch Set Rotonda hier mal in Kombination aufgestellt, neben meinem Sessel. Genau, aber wir können es auch durchaus separiert positionieren. Also wenn du mir einmal den kleinen geben würdest, hat direkt jeder einen eigenen Beistelltisch. Perfekt. Also hier haben wir ja ein ganz klares Wohnzimmersetting, aber durchaus auch im Schlafzimmer möglich als Nachttisch oder mein persönlicher Favorit ist tatsächlich die beiden Tische im Wintergarten aufzustellen. Einfach mit den unterschiedlichen Höhen wieder beieinander zu positionieren, Pflanzen draufzustellen. Gute Idee. Ja, stimmt. 49 Euro für zwei Tische mit Massivholze, Eiche geölt. Wirklich sehr flexibel einsetzbar, wie du gerade gesagt hast. In den Maßen? Einmal bei der großen Variante 50 x 50 circa und die kleine Variante ist 40 x 40 Zentimeter. Ja und Sie, liebe Zuschauer, Sie können Rotonda wie immer bei uns entweder telefonisch bestellen oder im Internet oder Sie kommen einfach in ein Höfner Möbelhaus vorbei. Können Sie sich Rotonda anschauen und gleich mitnehmen, was ich übrigens in der Tat auch machen werde. Denn mir gefallen die beiden Tische unglaublich gut und zu einem wirklich super Preis. Auf jeden Fall, da würde ich auch zuschlagen. Prima. Dann Julia, dir ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Sehr, sehr gerne. Und ich freue mich auf Sie in der nächsten Woche, denn Montag ist Montag. Wir haben definitiv ein ganz großartiges Produkt für Sie. Ich weiß auch schon was für eins. Schalten Sie unbedingt rein. Auch in der nächsten Woche zu einem super Preis und ja, ich freue mich auf Sie.